Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft in der Drachenmahl, Festung des Drachenmahls, genau war ich ja fast richtig mit Drachenmahl das ist ja überhaupt Festung des Drachenmahls so, dann auch ein Hexer ist da und wenn wir mal schauen noch mal die Drachenmahl auch hier bin ich ein bisschen müde und wir haben fast eine Stunde gewartet damit ich hier bitte bitte keine Ursache warum dauert das montags mal so lange weiß es nicht springmontags sind so viele Leute naja egal anfangen wir in einem beginnt der Kampf gegen die Allianz mal schauen ob ich eine Flagge kriege hier bevor ich einschlafe ok ok ja mach ich nicht mach keine Gunde mit ca. 100 km die Woche nur Schiff und Anhänger jeden Tag nur einmal durchschieben Weiß So Ich habe Angst vor einem Umweg Ne, muss ja schon gehen unten in die Sache jetzt machen wir die Leute da unten mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte es halt nicht so sein, Puffen, Außerwählen und weiter gehts. Da ist die gegnerische Flagge äh unsere Flagge. Oh, kann man. so auf jeden fall ich habe ein paar leute ich mit den auch gut, dann bin ich nächstes mal wahrscheinlich in der Gruppe, wenn ich 90 bin unterwegs dann kommen ein paar gildigsten mit, zumindest der eine leicht frage ich ihn dann mal ob es mit recht ist wenn ich aufnehme aber ich denke mal er möchte bestimmt nicht aufgenommen werden also sein Stuhl ja wir haben nicht nur da, das steht nicht nur da, das hat So dann walten wir mal wieder lang Tadadadadadam Wollte sich die Mage wegpfort ...habe das gesehen Hab da das gesehen ...pitz wach da ... ...gau so guuuut ... und Hopf Sahwehen 1 und für die Allianz? Was? Warum hängt der Heimkopf wohl das? Tun wir einfach hier die Allianz führen? Nee. Der Vogel. Hey, den habe ich auch. Der hat mir mal einen Vogel geklappt. Der da noch. Der war das. Der war das. Der war das. Der war das. Ah, ja. jetzt haben wir die Aliflage und vielleicht kriegen wir sie ja du aber vielleicht doch nicht noch steht in den Sternen und Flagge verteidigen wo haben wir denn die schöne Aliflage und die neue Aliflage und die neue Aliflage und die neue Aliflage na gut dann wir das zurücklaufen und die neue Aliflage dann die neue Aliflage in der Das war's für heute. Ich bin jetzt hier. Ich bin hier. Ich bin hier. es kann doch nicht wahr sein was ist das heute für ein mieser Tag ja weihnachten war ich in Neuseeland weiiiitnaaachten ja weiiiitnaaachten ja weiiiitnaaachten ja weiiitnaaachten weiiiitnaa weiiiitnaa weiiitnaa Der wird, der wird, der wird, der ist auch so. Da ist ein Begegnet, oder? Oh, wow, das ist auch noch so. Und Spyder durch die Anis. Da kommt noch die Winder. die 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 ich war nicht aus der gestalt raus hier Mist, ich habe verschwunden wie viel aufgetaucht reicht einfach nicht Pecken 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 Das hier ein Paarlawine ein kleiner frischer Paarlawine oder war ja nicht Frau Paladinin wie heißt denn eigentlich ein weiblicher Paladin Paladin ich glaube Paladin es gibt keine weibliche Form von Paladin Jo in der Stand so geht es aber er wird er halt nein das ist nicht ich verstehe das nicht ich konnte nicht dann ich konnte nicht hier mit der ursonos vortex verlangsam ja das war mal eine runde festung des drachenmals leider verloren aber egal es muss das leben und die dummen lecks waren wieder dabei na gut ich hoffe ich hat die runde gefallen ich würde mich freuen wenn man nächstes mal wieder bei bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen